Hallo und einen wunderschönen ersten Weihnachtsfeiertag wünsche ich euch allen. Hier ist ein kleines Gewinnspielvideo mit freundlicher Unterstützung von den Jungs von Wargaming. Vielen Dank! Und zwar wird es hier in diesem Video dreimal den Shinokai, einmal den Ram 2 und einmal den Cromwell B zu gewinnen geben. Von dem her fünf Panzer, die da auf einen neuen Besitzer warten. Und was müsst ihr tun? Eigentlich fast nichts. Ihr müsst das Video kommentieren, dann macht ihr schon mit. Aber ganz wichtig mit eurem Wargaming Nick. Also der Wargaming Nick muss da genannt werden, weil sonst kann das euch nicht zugeschustert werden. Also wer teilnehmen will, Wargaming Nick schreiben und dann seid ihr dabei. Und natürlich ein Abo würde mich freuen, ist aber keine Pflicht. So, ich zeige euch einfach natürlich auch mal die Panzer, die es gibt. Also dreimal wird es diesen Shinokai hier geben, wie ihr hier seht. Mit seiner ungewöhnlichen Bauform, die ja typisch für die Japaner ist. In dem Fall handelt es sich hierbei um einen Tier 5 mittleren Panzer. Alle Panzer sind natürlich Premium. Also wie gesagt, Shinokai dreimal. Dann wird es bei den USA den Ram 2 geben. Das ist dieser. Ebenfalls ein Tier 5 mittlerer Panzer. Mit dem man wirklich auch viel Spaß haben kann. Also der wird teilweise gerne immer unterschätzt. Aber mit seiner Feuergeschwindigkeit, da hat er schon den einen oder anderen zur Weißglut gebracht. Also von dem her, der natürlich auch besonders. Aber ich glaube das Highlight und das Wichtigste wird der Crumble B sein. Und zwar ist das ein Brite. Da haben wir ihn. Hier in seiner Berlin-Ausführung. Dafür steht übrigens das B. Also wenn man sich fragt, wofür steht das B, das ist Berlin. Ja, ein wirklich tolles Gerät. Ich bekomme unglaublich viele Replays eingeschickt mit diesem Panzer. Und von dem her ganz klar der Hauptpreis. Die Auslosung wird am 03.01.2016 verkündet. Also ihr habt jetzt genug Zeit da mitzumachen. Ich drücke euch all die Daumen. Wünsche mit dieser Feiertags-Atmosphäre hier im Hintergrund. Ganz tolle, besinnliche Feiertage. Ich hoffe ihr kommt gut ins Jahr 2016. Und ich drücke euch dafür die Daumen, dass ihr dann auch einen dieser Panzer gewinnen werdet. Wie gesagt, ganz wichtig. Einfach nur Wargaming-Nick unter dieses Video kommentieren. Und dann macht ihr schon mit. Ja, dann wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Al Karamba